Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zum Telekolleg Hohlerde. Einführungsveranstaltung. Hohlerde ist nicht nur ein netter Imperativ, nein, Hohlerde ist auch ein geologisches Phänomen. Beides ist allerdings auf dem Friedhof recht häufig anzutreffen. Die Toten nach einigen Jahren des Herumkompostierens werden durch natürliche Sedimentation in die Hohlerde hinein gemöppelt. Wer meint, das Prinzip der Hohlerde wäre überholt, sollte sich bewusst machen, dass auch Teile der Bundesrepublik innerhalb dieser Hohlerde liegen, zum Beispiel Schleswig-Hohlstein. Auch das allseits beliebte Urlaubsziel Hohlland liegt komplett innerhalb dieser Hohlerde. Man muss ein bisschen aufpassen, die Hohlerde ist nicht zu verwechseln mit der Dyson-Sphäre, denn innerhalb der Hohlerde benutzt niemand einen Staubsauger. Viele Menschen, die sich mit der Hohlerde befassen, kommen irgendwann an ein mathematisches Problem. So stimmt die Dichte einer hohlen Erde nicht mit der einer massiven Erde überein, was sich aber mathematisch dadurch lösen lässt, dass man den Grenzwert Limes 1 durch Durchmesser der Hohlräume gegen unendlich gehen lässt. Denn so kommt man am Ende des Tages wieder auf die gewohnte Dichte der massiven Erde. Des Weiteren sei angemerkt, dass man beim Betreten der Hohlräume der hohlen Erde aus Umweltschutzgründen von der Verwendung eines Aluminiumfoliehutes absehen sollte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war die Einführungsveranstaltung Telekolleg Hohlerde. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu können. Zu unserer regulären Folge 1 Betreten der Hohlerde oder Warum Polarlichter nur zeigen, dass innen jemand das Licht angelassen hat. Bis bald!